wieder mit apokalypto kevin hallo heute werden wir mal wieder ein bisschen fortnite spielen nach langer zeit wir waren ja in den letzten tagen nicht mehr so oft live ihr könnt auch gerne mal bei mir auf meinem insta-kanal vorbeischauen nico d unterstrich airboss 48 dann seid ihr bei mir auf meinem insta-kanal gerne ein apo da lassen jo wenn der apokalypto sich mal bereit machen würde würden wir auch direkt starten nico nico guck mal ich bin grad live live auf youtube ja ja nico 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 hast du mal wieviel pumpschuss hast du wieviel pumpschuss hast du? 5 4 4 4 6 7 7 8 10 11 11 12 amazon 12 12 13 14 15 15 15 15 15 wir sind zwei teams ich habe so verstanden, dass die besser sind ich habe ihn aus hast du ihn? nein kommst du runter? ich bin hinter der Müllpfanne komm hier wir sind ich sage dir aber komm hier läuft kein komplett falsch, der wird gleich ja digga, easy hast du mich hier ich habe mich nicht hier ey digga komm rein, komm rein hier hier carry warum kann ich den hier nicht bauen digga ich habe keine maps mehr digga nicht nein das werden wir eh nicht schaffen vielleicht gar nicht warte hier stand irgendwo ein heli digga vielleicht können wir uns noch den heli schnell holen heli heli nico heli flieg durch flieg durch ich kann nicht ich kann nicht ich habe nichts oh mein gott scheiß ahja jungen was war das ich spring raus kevin wir müssen uns hier suchen wir müssen uns hier suchen wir müssen uns hier suchen abonniert muss aber nur her kommen erste abonniere ja wir können ja es wird immer wieder moni ja ja wie immer war ich zwar ich gehe ein bisschen abonnieren mach doch der ja die nächste zone schon wieder in afghanistan ja warte schon oh mein gott ich habe keine wetter hinter mir wird geschossen da kommen wir hier hin hinter dir ist auch noch mit einer aber nur ein bord ich gehe vorne dann nehmen wir uns fort ne ach komm digga bitte lasst euch ziehen ja 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 das ist okay ja ne das ist das ist das ist was stehe das ist dann ich nicht ich ne ich das ist Oh ja, noch ein wenig. Ich brauch halt unbedingt ein paar Metz. Hast du Sniper-Money, Digga? Ja, zum Schluss. Ja, ich hab grad einen Sniper gefunden und ich hab Bandys. Oh mein Gott. Ich mach mal Bandys, nice. Hier sind welche? Hier. Vor uns aufm Berg. Äh. Ich hab hier noch ne Kiste, vielleicht kommt Minis oder Bigis raus. Oh ja. Hey! Kevin, ist bei dir jemand? Ja, jetzt sind einfach nur Trott. Ach, Digga, von hinten auch noch. Ey, nö. Nö. Hab ich. Pass auf, in die Augen. Ey, ich geh grad die Daten ein, Digga. In's Haus rein, Digga, in's Haus, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach ne, Digga. Nice, Digga. Ehre. Also einer war richtig low. Ich geb den gleich lieber sogar schon. Komm, 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 komm. Ja, Kevin, ich kann nur nicht hoch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Was, Loot, Digga? Ich hab gar nichts, Kevin. Komm, nimm, nimm, nimm. Keine Mets. Keine Mets. Warte. Hier, 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 hier. Nimm, nimm, nimm. Hab das Blöde. Hat nen Hit? Ah ja. Nein, es ist los. Es ist los. Hier, nicht bei mir. Nein, Digga. 58 HP. Warte, ich hab mal Leon ein. Und dann geh ich mal schnell aufs Klo. Ja, lad du mal Leon bitte ein. Ich geh mal in der Zeit aufs Klo. Ja, lad du mal Leon bitte ein. Hier, die. Na halt. Puh, 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 Puh. Nimm, 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 nimm. Gleido mit mir. Puh, Puh, Puh. Tum, nimm. Jetzt haut mal ein. Jetzt rüber. Tum, nimm, nimm. Tum, nimm. Das war's für heute. Leon, Leon, wo ist die kleine Karin? Leon! Genau, die Biologie, deren war das gewesen Ja, ich glaube, das war ihr... Entweder war das ihr Mann, oder Heidon, 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 Heidon Die ist vielleicht so 40, 45 und der sah jetzt für mich aus wie so 55 oder 60 Mehr Ja, der mit Jens war irgendwie krassen Schülern, aber sie hat ja noch mit als Betopter Ja, der 3, 3, äh, Szenen, Reinhardt Die Nahlastplanase Boah, krass, krass Ja, von mir aus könnte es passieren, das ist nicht auf jeden Fall nicht Ich hab jetzt meine Arbeit, ich bin zufrieden Ja, der muss das nicht auf jeden Fall nicht auf jeden Fall Die große Geschmack, die die Typen haben, die Arbeitgeber Ja, die sind da Ja, ich bin ein, äh... Das ist ganz gut. Ja. Nee, da hast du auch recht. Heute probieren wir mal Franzter Johannes mehr. Die hat sich kaum dann gesehen. Ob die war übel teuer. 1,49 Euro die Dose, das mal selber. Und dann noch 25 Euro. Nur für eine Dose. Egal, eben jetzt mal. Mit TikTok zieh ich nicht auf. Ja. Stream wird erstmal gesperrt, Digga. Was? Um zu streamen zu werden, erstmal gesperrt. Ja. Wegen Copyright. Das juckt mich doch nicht. Tom, hast du jetzt auch nichts? Nö, vielweil. Ja. Hast du mal auf jeden Zuschauer? Hm. Wie viele Zuschauer hast du? Null, ne? Ja. Ja. Ja, gerade mal bist du 30. Ja, wahrscheinlich hattest du 30. Ja. Ja. Wollah. Ja. 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 Ja, Digga, ob die alle schon kämpfen, Digga. Ja. 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 Ich bin auf zu telefonieren, Leon macht mit uns jetzt Spiele. Ja, ja. Mein Bruder. Nein. Ist der jetzt eigentlich 18? Nein. Ja. Blau Pampios. Ja. Boah, da kommt er noch super in. Das muss ich können. Nehmt die Splasher. Domme. Bitte hoch. Seid ihr im Tresor? Ja. Ja, aber bei uns sind welche. Ich hab Granaten. Ja. Ey, habt ihr die rechte Seite geöffnet? Nee, bei uns sind Gegner. Die haben doch die Flammen. Ja, Mann. Ja. Brauche ich schon mal Hilfe nehmen? Ja, ich hab doch einen schon. Hast du schon einen hast? Ja, hast du. Ja. Ich hab zwei, ich hab zwei Jungs. Einer ist gefinisht. Und einer ist nicht. Ja. Hast du alle? Ja. Sauber. Ich hab auch welche. Ja. Ah, nee, Leon ist tot. Dann lass ihn erst holen, bevor wir in Tresor gehen. Ja, warte. Können wir nur schnell Biggi. Ja. Ich hab ein nämlich Headshot gegeben. Wir lassen den, wir lassen deren wieder die großen Hände. Rot. Also hier. Wir bohren dann. Rot. Schmeiß die mal raus, Paul. Schmeiß die mal raus, Paul. Wir müssen uns aber beeilen mit Tresor, ne? Waa? Schmeiß. Ne, ich hab gar nicht Besor gehabt. Jetzt raus. Ich hab kein Besor gehabt. Ich hab doch keine Besor gehabt. keine ahnung habt ihr ziemlich einer von euch muss doch haben ich gehe rechts ich gehe wieder ich finde hier besser das ist nicht ganz anders egal ich brauche mich so du hast schon einen episch sniper und epische soll ich fliegen ich kann schon machen wer will fliegen mehr echt feitig feitig da muss ich nicht seine Ausbildung der war schon wieder runter man ist aktiv doch schon noch ein bisschen oh mein Gott ja ja ich bin nicht mehr ja so golden ist gerade nämlich dann auch noch einer kämpfe also leeren low low jawohl halt so blieben wie viele Erschluss hast du Kevin? 2.15 vor mir sind noch welche Dankeschön ja oh jetzt sind wir schon gehalten ich bin spieler Paul ey ne Digga mein Gott Digga warum bist du nie da wenn ich kennste Digga da vorne lag doch ne episches Garne da hinten dran liegt noch ne Göttings ich red grad nur mit meinen Freunden ja habt ihr mal auch gefunden? ne ich hab keine ne 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 damit kann man gegenseitig ja genau damit kann man gegenseitig guter spielen und immer gewinnt ach wie ich dich ja ich denke mit dem mit dem kann ich ja spielen und rechte als ich reden das ist ja jung für uns nicht nur sondern also man kann mit dem spiel und rechts sagt kopfhörer über kopfhörer wie telefonieren kopfhörer kannst du reden also über kopfhörer ganz normal ist wie so cool du musstest du ja eingefremd habe einen habe einen krass du könntest dir ja auch einen kaufen habe einen ich hole meinen loot mein lieb ist das was ich habe eingeholt du mal weg von meinem ziel du mal weg von meinem dann wird es irgendwann n in der schuldung jungs das ist so lange dauern alles für die jahre an die mussten hat jemand nicht abgang nacken kann ich zwei minis bitte ich habe kein Minimillion doch so kann welche aufbauen und ja ja hat jemand Munition für 30 Schuss mit Sturmgewehr und 8 Meter vorn 61 Meter was auch Sniper oder Sniper ja ja und erkennt alles so nett ist und jemanden ja 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 schарищ ich bin in der ghetto da 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 war Alba in Barcelona, ne? aber auch wieder eine halbe stunde er war perfekt um 19 ich möchte ein form ist dieser links wohl den hab ich doch nicht gefunden ey, ich hab den anmessen auf den Fall hilft ich glaub das geht auf den Löwen da war wohl seine Fallen mitmacht hier ich setze auf hat jemand Rocketmon? hier vorne 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 bei dem Haus bei der kleinen Hütte hat auf jeden Fall 105er ich hab jetzt kein Rocketmon mehr deswegen oh, das kommt ja gar nicht hab ich noch oh, voll leiden Kevin willst du die Wall-Ravine-Dinger? naja, ich kann ja den Kick mir vor der Bedeck legen weil ich heute keine Wurde bin ja ich bin nach Kildner oh, warte mal oh, warte mal ja, moin wie sie alle verneiden? bei mir ist auch dieser guck mal aus da sind er verliebte und hast du erwarten vor nicht ne, wir sind nicht closes nach was machst du denn du? neben uns sind welche? ja alles auf das ja, der war vollkommen daneben ich haus den Rutsch, was ist das? was ist das? was ist das? ja, geh jetzt der kurze Box von dir ne, einfach noch so viel das ist aber wirklich schon drin oh, sind wir denn geliehen? Kevin, lass uns heiß bei mir ist ein Gegner, der baut gerade alles ab ich glaube, ist ein Bord das hier oh, er hat mich gesehen, ja da kommst du aua er ist gerade der heißt noch Don Fritto, das muss ich nicht sagen wie heißt der? Don Fritto scheiße rends Habe habe ich er ist nicht wieder die landet in den Kevin, brauchen wir unbedingt hier da hat er sich nicht zum Mini ich hab nur die Beoblorenenkreis umgehen ich hab nur die Beoblorenenkreis umgehen Ja, sieh' auf, Digga! Warte. Ja, das wird draußen. Hab nie die Slater bekommen von mir? Neon, kommst du nicht grad zu oder was? Ich hab nie guckt zu, wie er es knife. Haben? Gut, als du so niedrig in den Couch machst. So, ab und durch. Ey, jetzt kommt ein ganzes Team auf uns, ne? Och du Scheiße! Ich seh' jetzt die letzten, ne? Ne, da auch nicht. Und hier neben mir ist auch noch einer. Einer müsste, glaub' ich, noch drüben. Ne, ne. Und das jetzt vier sind, das jetzt zwei und sechs sind. Ich muss noch drüben. Ach, heilig, Scheiße! Ach, heilig, Scheiße! Ach, heilig, Scheiße! Oh ja, was hört's denn? Oh ja, was hört's denn? Ich bin da nicht hinten. Ich fahre, dass er Tank kam zu passe. Ein Tankau ist bei mir! Wir sind runtergefallen. Einer rechts low, genau der. Ja, ich weiß, der Affen-Swing ist low. Hä, von hinten noch? Wir können ja von hinten... Hä? Habein. Gut gemacht. Der mechst mich. Der healt, der healt. Noch einer. Das waren die Affen-Bande, Digger. Wenn die Affen waren, wo... Merk, go, 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 go. Merk, go, 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 go. Ich habe ihn. Ja, Mann. Philipp kills hatten wir jetzt insgesamt. Boah, ich hatte 14. Ich habe meistens. Ich habe 8. Ich hatte 8. Ich hatte einfach 0. Warme, Junge, Alter. Geil. Sauber, Kerin. Das waren ja richtige Affen-Spiele. Ich gehe jetzt mal eine Affen-Bande, Alter. Wenn die Affen-Bande... Ich habe noch gar nicht auf YouTube. YouTube. Ich hatte 8 Kills. Ja, ne 0. Das ist mal der Beste. Ich glaube, mein Stream läuft sogar noch, Digger. Oh mein Gott. Ja, schon die ganze Zeit schon davor. Warum richtig nicht? Ach doch, hier steht irgendwas mit du. Was gab es das Kevin? Warte, ich schreibe mal rein. Ich werde es mal rein. Ich habe Leute geschickt, ich will da gucken, ob das Kevin ist. Aber mir guckt keiner zu. Gut. Tschüss, Digga. Ja. Jo, scheinlich, Alter. Ich habe gerade so reingehustelt. Hier hat noch jemand, was hochklappt, das heißt Trio. Bist das du nur? Ne, das war ein Video. Der Allerechte. Nee, bei mir ist zockerniko187, lol. Warte. Nee, das war ein Video. Der Allerechte. Nee, bei mir ist zockerniko187, lol. Mit den Besten. Nee, das war ein Video. Der Allerechte. Nee, bei mir ist zockerniko187, lol. Guck dir mal mit den Besten, oder? Nee, bei mir ist zockerniko187, lol. Ja, du hast jetzt reingeschrieben Leon BPM, ach, Leon BPM, LOL. Wer will denn dahin? Mist, ich geh doch du ums. Spiels Solarena da, ne? Ich geh wieder mal ein kaputtes Applaus. Wie war deine Arbeit? Meine. Hä? Ja. Ich bin bei Karen zu Hause, Leon. Und, wie war deine Arbeit? Gut. Hast du Geld für mich? Kommen wir los. 5.000 Euro. Zu wenig. Kommen wir, in welches Haus gehst du? In welches Haus gehst du? In welches Haus gehst du? Ich geh das hier vorne. Wo soll ich schon mal reingehen? Jeder hat bei uns zu haben. Wenn wir bei jedem von uns in unserem Haus gehst, einmal dritten gewesen. Da gab es euch. Wenn wir wieder in Tresor gehen, geh ich rechts. Wieder mehr. Geht? Wir haben dich in der Runde, glaube ich, dreimal, viermal hochgold. Drei mal hochgold. Drei mal hochgold. Drei mal. Eee ey 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 ey. Scheiß. Das Telefon. Wenn ich hier. Ich geh gleich noch rüber ins Graue jetzt. ich hab nur kräft ich kenne bist du schon im Tresor ne bist du nicht sehr schluss ne 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 was denn das sah gerade ausgeschaut der soll ich schlafen ne 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 der ne 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 ist er schon im Tresor der wer ist im Tresor auch wir brauchen richtig Hilfe Kevin Nee, ich bin da. Geil. Ah, ne. Ah, ne. Ne, ich bin da. Oh, das ist egal. Das ist ein Bot, Kevin. 3 oder 2. Gun die Mini. Das ist ein Bot. Kevin, die kommen gerade alle zu dir. Ja, ein Torb. Das ist ein Bot. Also ein Spieler. Das sind alles Bot. Ja, rennt gerade ein Bot weg. Der geht gerade zur Gangstelle. Hä? Was ist jetzt? Der wurde vom Bot geholt. Ey, meine Pump war der. Alter, war knapp für eine Scheiße. Ich habe mich gerade so gewundert. Ich dachte, ich war eigentlich nicht dran. Kannst du noch was zu trinken? Ja. Warte, ich geh mal kurz. Was? Wir gehen alle mal zurück. Der Nikola. 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 7 bis gleich kommen wir wieder ja, dann spiele ich doch ich würde das auch du machen, oder geht das nicht Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020